Herzlich willkommen, unser Servus 390, begrüßen Sie, ich gehe davon aus, dass die Beladung in wenigen Minuten abgeschlossen sein wird, dann rollen wir zur Startbahn 29 und machen uns so schnell und sicher wie möglich auf dem Weg nach Frankfurt, wo wir aller voraussichtlich abkommen werden, dann machen Sie es sich bitte recht bequem, aber dann misst Sie den Flug. Guten Tag, meine Damen und Herren, das ist Ihr Captain speaking, mein Name ist Alexander Garth. Auf behalf of the entire flight crew, I would like to welcome you on board Airbus 319. We expect a ready for departure in the next few minutes and we will then go to Dexair to attack a from me to land in today and take us fast and safe. It's possible just Frankfurt, I do expect a long time arrival there, so make yourselves comfortable on board and enjoy the flight. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich schließe mich mit dem Wort des Kapitänzern und begrüße Sie auch ganz herzlich. Mein Name ist Nathalie Jess, ich bin für den Kapitänzern verantwortlich. Ihr Handgefäck muss jetzt sicher wieder verstaut sein, ohne einen Gang oder Notausgang zu blockieren. Lettops müssen abgeschaltet im Handgefäck verstaut sein. Weitere Geräte wie Robite, Folie oder Tablets dürfen Sie in der Hand halten. Schnappen Sie es bitte an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Die Flugzeit heute beträgt voraussichtlich eine Stunde, 25 Minuten. Bitte schalten Sie die Geräte mit Zen-Funktion jetzt in den Flugmodus oder vollständig auf. Bei weiteren Fragen zu gebrauchen elektronische Geräte am Board, sprechen Sie uns gerne an. Gemeinsam mit meinen Kollegen wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt am Board. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist ein Glück, meine Willkommen zu dem Flughafen. Mein Name ist Nathalie Jess und ich bin für den Kapitänzern verantwortlich. Können Sie sich sicher, dass Ihr Handbagget ist so sicher und es nicht blockiert werden. Lettops muss man switch-up und ständig Ihren Handbagget. Ihr könnt, dass Ihr Handbagget ist so sicher, dass Ihr Elektronische Geräte mit dem Flughafen oder Tablet in Ihren Handbagget. Bitte schalten Sie die Geräte mit dem Flughafen. Wir betrachten, dass Ihr Elektronische Geräte mit dem Flughafen ist so sicher, dass Ihr Elektronische Geräte mit dem Flughafen ist so sicher. So, danke. Meine Damen und Herren, noch ein paar Hinweise zu Ihrer Sicherheit. Ladies and Gentlemen, wir wollen verfolgen Sie mit der Safety Proceeders Board. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihren Sitzgrund schließen und wieder öffnen können. Ihr Seatbox ist fassen und anfassen, wie das. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fahren automatisch Sauerstoffmasken auf der Kabinendecke. Nehmen Sie sofort die Mund-Nase-Bedeckung ab. Ziehen Sie eine der Masken ganz sicher runter, um den Sauerstofflust zu starten. Drücken Sie dann auf Mund und Nase und streiten Sie das der lastige Warte in den Kopf. Dann helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. Bitte werfen Sie jetzt so einen Blick in die Informationskarte mit einem Sicherheitshinweis, der Sie sich im Bereich hier und in dieser Tasche befindet. In dieser Karte finden Sie auch die Schutzhaltung, zu der Sie in Falle einer Notlandung aufgefordert werden könnten. Bringen Sie besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet, und Leute treiben den Boden weg in den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass ich den nächstverletzten Notaufgang auch hinter Ihnen befinden kann. Bei Ihrem Akquirung lasst bitte Ihre Gepäckstücke zurück. Bitte beachten Sie die Informationkarte in der See Pocket in front of you, in der See Pocket in front of you, which explains the safety instructions. In dieser Karte you will also find the illustration for a safety position, which you might have to adopt in case of an emergency landing. Bitte beachten Sie die Location der Emergency Exit. Dann markt accordingly. Angelegenheit der Strip von der Flur, die da you to this Exit. Remember that your nearest Exit may be located behind you in the event of an evacuation leave all personal belonging on board. Zum Start stellen Sie jetzt bitte rücklehnen wieder senkrecht, klappen Sie die Tische zurück und öffnen Sie die Sonnenbläden. Das sind gesetzlich verpflichtet, denn die Basis schildert Deutschsachen und Einladung, um die Versatzung folgen zu leisten. In preparation for take-off, is now make sure that you see best that right the table folded away and you in the shade raised. You are required to accept all signs and follow the instructions from the crew. Chopper feet My Lord My dear 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 had the Wollen Sie Ihr Gepäck nicht an die Seite? Hier machen Sie mehr Platz. So, Sie sind in Kontakt. Im Falle des Raufsagen der Sauerstoffmasken und die Masse, die abgenommen werden. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.